Aus Codilia oder ein Gedicht soll nicht besagen, sondern sein. Ich, Veronika, hab es getan. Wahrheitsfinden, Wahrheitssuchen, Staub aufwirbeln, führte zum Sieg. Es war ein Ross, was sonst, in dem die Griechen sich verkrochen, um Frieden zu schaffen, haben sie gesagt, und zu mir sagten sie kein Sterbenswort, kauernd in der Dunkelheit, wie ein Haufen Idioten, lauschend auf die Stimme der Göttin in einer fremden Stadt. Ich spreche eure Sprache in meiner Stadt, Cambridge oder Camelot, und ihr wollt nicht hören, was ich sage, beraten von? Natürlich, Odysseus, dem Werber, dem Betrüger. Und hatten sie dann alle Männer getötet und alle Frauen geschändet und so weiter, kam Agamemnon nach Hause und wurde, sagte ich, von seiner Frau erdeulcht beim Baden. Schon gut, mein Liebster, das ist die Lerche und nicht die Nachtigall.